Ich hab's noch nicht ausgerüstet im Moment. Äh, Pickaxe, Pickaxe. Ja, ich bin unterwegs. Die Pickaxe kommt jetzt in meine linke Hand. Kommt da mein Revolver hin? Äh... Südlichter, Copper... Hier ist der Müll. Fällt der? Ja, ne, ich hab die Pickaxe. Alter, ist die Pickaxe sehr gut. Ja, die ist 3x3 Feld, die Pickaxe. Vor allem baut sie einfach alles ab. Aber die hat auch eine Durability, ne? Echt? Ja. Wo sieht man die? Am der Pickaxe. Ah, oben. Gut, hier unten ist nix. Ich glaub, das haben wir totgelootet. Ah, das heißt mit T kann ich jetzt da zwischen links und rechts Waffe durchschalten? Ah, okay. Und... Ah, okay. Ich bin kein großer Fan davon, dass hier immer wieder verschwindet, ne? Ja, ich auch nicht. Wir müssen da zusammen bleiben. Ich bin... beim Eingang. Und warte auf euch, dass ihr fertig werdet. Komm jetzt auch zum Eingang wieder hoch. So. Ich auch. Bin grad unter euch. So. Gut, ich glaub, der Planet dürfte ziemlich leer sein jetzt. Ziemlich, ja. Waren wir da hinten schon? Äh... Leg jetzt mal... Ich hab meine Schusswaffe jetzt halt nicht mehr hier ausgerüstet. Das ist richtig doof. Mhm. So, ich leg das jetzt alles auf... Äh, Nummern-Tasten. Ansonsten komm ich nicht zurecht. Den links-rechts-umschalten-Ding. Ja, hier war nix weiter. Ja, ne, hier war nix. Röffel! Nehmen wir uns hoch, oder? Und gehen auf ein anderes Schiff. Oder wollen wir unsere Sachen holen? Ey, die Sachen schon noch, oder? Ja. Ich glaub, längst ist einfach ein Ding. Hey, das ist wieder aufgeladen. Jo, sag ich doch. Ich bin ständig wieder auf. Ey. Kommt her, kommt her. Ja. Bam. Rage. Unsere Energie lädt sich, glaub ich, schneller auf. Ich muss kurz... Moment. Ich muss kurz was umändern. Ich kann die Peac-X hier nicht haben. Ich muss das so rum haben. Tag. Brauch einfach die Schusswaffe und die Dingswaffe selten. Boah, ich bin echt schlecht im Zielen. Ja, ich auch. Boah, jetzt hab ich keine Energie mehr. So, genau. Und hier war, glaub ich, Spawnbereich. Mhm. Hier irgendwo. Gibt's irgendwann Helmlampen oder sowas? Ein, was? Helm-Lampen. Helm. Ich will ja im Dunkeln nicht immer so eine Taschenlappe rumschleppen müssen. Ich glaub schon, ja. Weil ich meine, da kann man ja nur ein Handwaffe wirklich nutzen und das ist ja ziemlich mies, finde ich. Ja, normalerweise kannst du auch schnell auf dein Schiff gehen, schlafen und dann wieder auf den gleichen Punkt zurück auf den Planeten. Ja, okay. Wenn das Hüfter mal funktioniert. Mhm. So, dann kurz weg. Hm, super. Das geht auch. Ja, gut, hören wir uns dann nachher wieder auf. Ja, da waren eh nur irgendwelche Blütenblätter drin, Leute. Jo. Ja, das waren meine Blütenblätter. Tut mir leid. Geht halt mal Blütenblätter da. Brauchen wir uns später noch. Ja, später mal. Gut, welche Pläne nehmen wir denn jetzt? Das war jetzt meiner, anscheinend. Nee, das war meiner. Ja, ich bin aber von meinem Planeten gleich hier runter. Ja, dann ist unser Schiff überall. Moment, wenn jetzt... Ja, ich lande auf meinem Schiff. Und ich lande auch auf meinem Schiff, ja. Okay. Tja, gut, dann müssen wir uns jetzt hier irgendwo organisieren. Ja, ich brauche noch Kupfer. Ihr nicht mehr. Wir brauchen Kernfragmente. Ja, das auch. Beam Home, Beam to Planet. Tools for the Job habe ich noch. Moment. J. Tools for the Job, ja, habe ich auch. Ja, das müssen wir aber nur schmalzen, aber irgendjemand hat ja alle Fein, das ist geklaut. Zurück auf den Planeten, Moment. So. Dann hätte ich aber auch gern mal einen Kupfer noch. Ich habe selber keinen Kupfer. Ich habe 32. Woher? Achso. Dammeln? Moment, Inventar. Wie sieht Kupfer aus? Aber Raiden halt. Brauerer Klumpatsch? Hm. Po-t-a-to-o. Ich meine, ich habe einen Eisenerz, aber... Wo seid denn ihr jetzt eigentlich? Ja, direkt am Spawn. Von Planeten? Ja. Ja. Okay. Komm gleich. Moment. Ja, ich werde doch mal stehen. Was denn? Pauk. Pauk, Pauk, ja, ja. Ja, dann bauen wir mal hier kurz wieder auf. Wenn man das schmalzen kann. Ja, dann gibt es uns was noch raus, ne? Ist klar. Ja, du mich auch. Boah. So, schön. Warte mal, wie viel brauchen wir überhaupt? Ich glaube, wir brauchen da oben auch noch Kupfer. Einen Kupferbarer brauchen wir... Zehn Refined Copper, ja. Für einen verbesserten Mining Laser. Sehr gut. Ja. In the air! Also müssen wir uns da dann sowieso... ... um irgendwas zusammen sammeln. Okay, würde ich sagen, nehmen wir direkt die Hülle hier, die sind halbwegs tief und graben von da aus. Oder? Gut. Äh, einer links, einer rechts, einer Mitte? Keine Ahnung. Ja, klingt gut. Beziehungsweise dann wahrscheinlich, ihr beide grabt, weil ihr beide schon Spitzhacken habt. Oder sind die schon kaputt? Markus, wo steckst du? Ich hab doch schon Kupfer. Ja, aber es wäre sehr solidarisch von dir, wenn du mitkommen könntest und noch mehr Kupfer sammeln. Denn wir brauchen noch welches. Moment. Wollt nur mal einen Laser upgraden. Das hattet ihr ja auch gekommen, werdet ihr oben geblieben. Ich hab euch das Kupfer schon gegeben. Wir haben aber nicht nur Kupfer. Wir brauchen zehn, was dann insgesamt 60 Kupfer Erz wäre. Oh, also insgesamt. Hm, stimmt. Möchtest du das noch? Ich nicht. Autsch. Autsch. So reicht's. Der Eingang. Einer Lichtmacher, der andere... Ja, dann machst du Licht. Nee, ich mach Licht. Ihr habt ja beide Pickaxes, ihr kommt schneller dran als ich. Ja, das geht auch eigentlich so. Ja, dann kann er ja nicht Licht machen in der Zeit. Doch, 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 kann ich. Keine Sorge, ich muss nur den Fakten kurz ausrüsten. Kein Stress. Oh. Das ist Silber. Ja, und? Ich hab dann zwar schon ein bisschen was zu weit untergebracht. Das ist zu wenig. Moment, brauchen wir... Ah, ha, ha, ha. So, jetzt sind wir in der Höhle und jetzt können wir erforschen. Erstmal brauche ich mir eine Fackel. Weil da unten ist zum Beispiel wieder irgendein Riesending. Ja. Stimmt, so ein Ding hatte ich auch gefunden gehabt. Moment, Moment. Ja, das ist jetzt schon weg. Ebenso jetzt, dass das auf der... ...als Objekt wächst. Ah, da drüben scheint was zu sein. Und ich glaube, es wäre eh besser, wenn wir... ...bei sowas nicht die ganze Zeit am Arsch hängen. Von uns gegenseitig. Ja. Kopfhörterponten. Jo. PickX ist ja jetzt schon fast kaputt. Na, die hält nicht viel. Werde noch eine machen. Ah, die noch. Manche sind wir auch freundlich, ne? Ja, das finde ich. Das ist irgendwo so ein MMP. Keine Ahnung. Grünes Pikachu. Ah, grünes Pikachu. Ja, da ist noch was. Oh, da ist noch einiges. Ja, die ja doch. Was? Perlenerbsen. Okay. Ah, ich packe es kaputt. Ich gehe mal wieder an der Oberfläche. Jo, tu dir das. Ich noch nicht. Ach stimmt, wir können uns von hier außer gar nicht hochbeamen. Hehe. Nö, aber wir können hochgehen. Wenn ja eine Rückwand da ist, kannst du auf die Rückwand Blöcke platzieren. Naja. Also in Luft praktisch. Dino. Das wäre ja praktisch, wenn wir direkt diese komischen Scherpes da machen. Die Holzteile. Ja, genau. Kommst du? Dann hätte man auch noch endlos viele mitnehmen können gerade eben. Ja, oder macht es gerade ein Workbench und Zeugs. Kann man auch so machen. Ich meine, ich habe übrigens so eine tolle Station gefunden. Ah, ja. Wo? Ach, da. Okay, gut. Äh, R. Hast du die obere Reihe? Äh, gut. Weil die Erde ist eh jetzt eh nicht so wichtig. Okay. Weil auch immer noch ein Stern. Moment, ich mache jetzt mal eine Fackel. Und... Oh, Mist. Was ist denn? Ballon. Also das, was wir eben hatten. Dieses Schweben über dem Boden. Ich habe es nicht gekriegt. Das ist gay. Ja, gerade in den Höhlen ist es ungünstig. Ich stand direkt neben ihn und ich habe es nicht gekriegt einfach. Schon nice. Sei doch froh. Ballon ist kacke. Das Ding habe ich ja gesagt. Schon nice. Ich dachte, das war Sarkasmus. Los, da, raus. Okay, also Weg nach oben ist gesichert. Schön. Ach, mit den Steinen hier? Jo, mit den Steinen und dann sind so Plattformen oben. Ah, ich sehe es. Okay. So, nervig. Dann... Dann... Äh... Ah ja, genau. Gunpowder. Irgendwas ist eigentlich das Quest. Irgendwas ist eigentlich das Quest. Iron Anvil. Hat jemand noch Kupfer, das er nicht braucht? Ich habe noch sechs. Also sechs ganzes Kupfer. Also ich kann mir neun Barren erst machen, also... Ah, okay. Ja, ne, sechs Barren habe ich. Äh, Erz sind so schwattig. Ich habe vier Erz, wow. Also wofür brauchte ich Kupfer nochmal? Keine Ahnung. Für alles. Für Pick. Für... Echt? Aber jetzt habe ich zehn, also gehe ich erstmal hoch. Jo. Aber nicht für die Schiffdinger brauchst du das, sondern für deinen, ähm... ...den Meta-Manipulator, ja. Eben. Silber Pickaxe. Geil. Oder kann ich... Ne. Silber. So, ein Anvil. Also was... Was ist jetzt die Verbesserung? Was macht ihr genau? Ich habe gerade... Ich habe es wieder nicht mitgelesen. Neller abbauen, schätze ich. Irgendwie sowas. Guras, vielleicht du kannst es 3x3 abbauen. Ah, okay. Man, ich muss das sein, so... Echt? Ich habe es abgegraden, kann kein 3x3 abgraden. Ja, glaube ich, da war irgendwas, so... Okay, Anvil, wo macht man den nochmal? Iron Anvil, unter der Stühle. Also ich war unter der Stuhl. Bosse, ne? Acht Eisenbahnen. Ah ja, gut. Naja, web, web. Die Supports sind das, wo man drauf stehen kann, ne? Ja. Ja, die wurden zu Ports. Langsame Reaktion. Und Fackeln. Ach, du spielst auf Deutsch, oder wie? Ich nicht. Ich auch nicht. Keiner. Warum sagst du noch was für eine Übersetzung? Bäh! Bäh! Falschrad. Müssen wir wieder Kohle finden. 20 Core Fragments. Ja, eben. Deep Underground, okay, noch tiefer Graben anscheinend. Hat jeder eine Pickaxe? Nein. Warum nicht? Weil ich immer noch nicht genug Kupfer habe. Ich habe erst zwei Barren. Ich habe gerade ein bisschen Kohle gemacht, weil ich keine... Ja, dann komm her. Ups. Falsche Richtung. Passt. Falsch gut, denke ich. Äh, brauche ich nicht 10 dafür, oder wie war das? 10 brauchst du, ja. Also ein bisschen sammeln musst du noch. Ich habe Gold gefunden! Ah, hier unten geht's weiter. Das ist schön. Äh, hier unter dem Wasser, äh, ne? Und so. Geht's da weiter? Ja. Äh, du hast die Supports, glaube ich, oder? Ich habe ein paar Supports, aber die braucht man hier noch nicht. Ich helfe noch kurz mit. Ja, wenn du Licht hast, wäre geil. Äh, ja, gerne, glaube ich so. Da, zack. Alter, wie schnell die Picken kaputt gehen. Das ist ja übel. Früher war das nicht so. Was? Äh, ne. Das sind nicht die. Ich, ich habe gefragt, ob so ein Support sind. Ich habe nicht auf das Bild geachtet. Irgendeine Summe ist dich. Oh. Nein, das ist das Falsche. Ach was, ist das das Falsche? Aber es ist eine schöne Deko. Ja. 100 Pro. Na, haben sie sich jetzt trotzdem. Ah, hier ist so ein Ding. Ah. Kommt, boah, ein, nur einer. Wow. Das Zeug. Falsche an. Das ist doch ein definiertes Pferd hier. Cool, ey. Das ist ein großer Raum. Bring runter. Nein. Warum ist nix mehr wahr? Ja, und es ist noch mehr Licht. Das ist schön. Licht ist gutes Zeichen. Ach, so eine Kapsel wieder. Okay. Kein Lava? Nein, kein Lava. Leider. Ja, ich muss echt nochmal nach oben und mit dem Pickaxe machen. Weil meine ist jetzt schon kaputt. Außer fast. Hui. Ich muss meinen Pickaxe auch eigentlich für nichts. Das ist ein Vorteil. Ich baue die mal ab und heb's auf. Kapsel. Ja, glaube ich mein Kram ist gut. Sorry, ich wollte an dir vorbei. Nein, ich meinte Markus. Ja, der meinte mich. Oben ist Zeug. Da ist Kupfer. Das ist mein Kupfer. Ey. Das ist Eisen. Das ist Eisen? Okay. Kannst du Eisen nicht vom Kupfer unterscheiden? Nein, kann ich nicht. Eisen ist so gerostig. Ah, ich brauche alles hier. Du bist genau so ein Loot-Gerl, ey. Nein. Ich brauche alles hier. Ja. Uh. Ach. Okay. Also hier geht's weiter auf jeden Fall. Auf der anderen Seite. So. Hier ist nochmal Licht. Ja, hier hinten ist nochmal so eine Kapsel. Das ist so, wenn du es wirst. Wird noch ein bisschen Kupfer erstgefunden. Abgebaut. Dinos. Töten. Tatsache, dass man nur drei Meter weit sieht, ist nicht unbedingt hilfreich. Ja. Ja. Das ist Gold. Noch nochmal Kohle. Ich habe jetzt schon längere Zeit keine Maxine. Kohle ist weiter oben. Ey, Wasserdynamik. Ich habe keinen Weg raus, weil ich... Moment, habe ich irgendwas? Irgendein... Autsch. Natürlich habe ich irgendein Material, genau. Ja, Dreck, ne? Eben. Oder mach du das? Zu hoch. Ist es? Ja, ist es. Aha, du doofes Pikachu. Hey. Good job. Indeed. Warum machst du doch immer nur diese einen Block breiten Plattformen? Mit denen kann man nichts anfangen. Weil ich sparsam bin. Ja, sei sparsam mit Dreck, Junge. Gute Idee. Ja, wirklich. Dreck ist eine seltene Ressource. Oh ja. Appropa Ressource. Kohle. Ah, herrlich. Au. Ich zrecke hier gleich, ey. Ich auch, aber nur weil ich hier nicht hochspringen kann, weil hier jemand irgendwie ein bisschen Mist gebürt hat. So komme ich hier hoch. Nix habe ich gemacht. Ja, eben. Das ist ja das Problem. Ich weiß, aber ich wollte schauen, ob man den kaputt machen kann. Ach so. Nein, du kannst den Boden nicht verschießen. Doch, kann man. Aber man, aber halt nicht komplett. Dafür bräuchte ich immer eine schnell schießende Ravache. Nein. Died it. Gut. Alter, das Feind natürlich, ne? Nein. Gibt es noch was? Äh, ja. Ja, für Erfolg. Und heute alles. Ah, 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 ah Boah, da sind noch mal so Viecher Wo sind denn alle und warum ist mein Leben so gering? Ich bin hier, hier hinten war ich Ich hab nur nichts mehr zu essen dabei, ich hab rotes Fleisch und das will ich nicht unbedingt essen müssen Jetzt was gesagt Vielleicht hab ich was zu essen dabei, ich hab nur keine Ahnung was Essen ist Äh, null Nein, null Nein, du bist viel Hey ihr, da hinten geht's weiter Ich hab bloß keine Pickaxe mehr Brauchst du auch nicht, ey Moment, da muss ich jetzt meine Nahkampfwaffe ausrüsten Das ist hier gewesen So viel er jetzt auch nicht Dinos! Drei Stück Ey Oh, jetzt bin ich schon wieder so low So Ah ne, zweiten, meine Fackeln Mein Vieh Hallo Danke Noch einsprung, komm Schau immer nie aus Dann nehm ich meine Nahkampfwaffe, danke, was soll's Tot Sehe ich viel stärker Wie dieser schrotte Speer, den ich hab einfach doppelt so stark ist Mehr als doppelt so stark ist wie zwei meiner Rifleschüsse Jaaaa Oh, hab die schon wieder nen Chess gefunden Ich hab nen Chess gefunden, bin gestorben Nein Was ist denn das? Zweihandschadenteil, ja Fastorm Noch langsamer, aber mach noch mehr Schaden Angucken Na, wie sieht das aus? Ist das n Hammer? Ja Ja Macht mehr Schaden als mein Speer